Ich bin der Lukas und ich will euch jetzt das Fach GEL vorstellen. Wir haben schon GELT mit dem Themenbereich Erdkunde, Geschichte und Politik. Bei Erdkunde haben wir uns über die Landwirtschaft ins Lernen geguckt. Und bei Geschichte haben wir uns schon in Ägypten, Sälte und Rom und die Stadtzahlen geguckt. Die Politik, da haben wir wohl die Kinderrechte durchgenommen. Es gibt zehn Kinderrechte. Was ist das zum Beispiel, so ein Kinderrecht? Ich gehe zum Beispiel in das ganze Bildung. Okay, ihr habt ja hier so ein paar Stationen aufgebaut. Kannst du dazu mal ganz kurz was sagen? Hier haben wir ein paar Fragen vorbereitet und hier haben wir auch noch Fragen. Und hier stehen die zehn Kinder. Okay, gut. Danke sehr. Drei, ich bin der Kapiting.